Manchmal sind hier so viele Bäume und manchmal gar keine. Ich glaube, das hängt mit den Spielern zusammen, die sie gepflanzt haben, oder? Kann man pflanzen? Ja. Ernsthaft? Ja. Wo schießt denn der Penner? Ach so, ihr seid alle ganz woanders. Ich mach mich grad mit Schlurppi voll. Was ist Schlurppi? Die großen Fässer. Ach so. Wo ist denn der Penner von, wo schießt denn der Hurensohn? Ich seh ihn nicht. Ah, da ist er. Einen hab ich. Scheiße, ich werd die ganze Zeit angefickt. Einen hab ich. Ich bin bei dir Alex. Ich hab so viele gekillt gerade. Ich hab gerade voll den Zerstörer gemacht. Na, da ist der andere noch. Wo bist du denn hin? Du bist auf dem Boden gekrochen. Du bist runtergefallen. Wo ist er denn hin? Wen hat denn der sich verpisst? Ich hab doch mehr wie drei getötet gerade. Ich hab ihn auch gesehen, wie er hier runtergefallen ist. Wo ist denn der hin? Ach, vier. Okay. Vier haben mich angegriffen und ich hab sie alle zerstört. Gott sei Dank. Ich hab gedacht, das überlebe ich wieder nicht. Ich war schon auf Türül. Ich war schon auf Türül. Auch hat einfach schon wieder Stunden um zu euch zu kommen, weil ihr wieder in der Weltgeschichte aneinander spaziert. Hier. Was ist das für'n scheiß Mädel? hallo hallo bist gerade so komisch gelaufen dass ich nur dein arsch im gesicht hatte las ganze bildschirm ausgefüllt nur mit deinem arsch das ist scheiße ich brauch was blaues ich hab was ich hab ein schild dran großen im europa die voll ist ich bin froh bist du ui willst deiner wissen ja, gehst der hier wieder schauen die munition klauen danke alex wieso die munition das hatte die box aufgemacht die munition geklaut wieso wolltest du die haben aber beschwert sich über andere stimmt doch gar nicht der war da zwei jahren minuten die welt 20 minuten da drinnen ich bin gerade angelaufen gekommen und habe gesagt dass ich ich hab dir den schild dran hingeworfen als du gesagt hast du brauchst was blaues oder kommt einer recht du haust nicht ab gerätet wieder schauen spaß wir haben ein bisschen was goldenes recht da waren nur diese striker welches striker hopp gun nicht gut hatte die schon im blauen hier stelle wie kriegst du ein blaues zurück auf die welche zu töten nein doch ich will ihn reiten aber nicht will die wölfe brauchen sanft nein ich will ihn richtig reiten ich will ihn richtig reiten ja jetzt abhauen du spaßt oder wie ja du schmeckst mir ja schon wieder kollege aber wo ist da hin im gebüsch alex wo da ist da rein ich habe ihn sogar mischt naja das werden wir aber sehen ob du abhaust jetzt leitest du das schwein ja ich sage jetzt nur wie er ist leitet der will zum nächsten burs wo bist du hin holst deine kollegen nicht zurück ah da hinten ah hier ist mein baum irgendwo wo ist er komm schon das ist mein baum cool ich jage dich mein setzling hast du dir einen baum gepflanzt doch schau hier ich will deinen baum pflanzen da und das ist ein miner steht sogar oben drüber was das miner ist echt jetzt ja glaub ich nicht ich lauf hin und schaust dir an ich habe es dir markiert wenn du mir nicht glaubst ach so ich jage dich bis ans ende der welt kollege kommt zeig dich warum stehe ich denn schon wieder unter beschutz der hat eine krone du bist ja wenn ich das haus zerstören möchte warum wenn ich das haus zerstören möchte damit wir munition kriegen so wahrscheinlich dass der Lars gerade voll unter beschutz steht ja Lars ist stehen hier unter beschutz der jagd gerade eigentlich so ein kleiner Psychopath ich hatte ihn einmal weglaufen zu lassen nee ich hab ihn ach so ja du hast ja eine Krone du Pisser aber dafür dass er eine Krone hat ist er ein Schisser die Krone hat er wahrscheinlich durch Zufall gewonnen der Baum füllt auch Leben wieder auf nicht nur blau ich bin gerade im Baum oben drin das sind lauter goldene Truhen hier ist kaum Munition Alex und jetzt mal aber mehr noch 14 und 5 Teams wir könnten eine gute Chance haben jetzt ja du Pelle hast eine Krone so ich nehme den Bus jetzt Steffi steigst du in den Bus ein ich komme vom Baum runter ich komme vom Baum runter wahrscheinlich bis ich bei euch beim Bus bin wo auch immer ihr gerade seid ja das Auge kommt Steffi ich weiß fahrt einfach ohne mich ich bin glaube ich zu viel schneller als hier wenn ich jetzt bei dir bin na wo seid ihr na wo seid ihr drei Teams noch sieben und drei Teams siehst du das mit den Teams wenn du auf die große Tab-Taste drückst da drüben sind zwei ich warte lieber auf euch drei drei sind hier das heißt es sind ein zweier Team und ein zweier Team dann direkt schon mal Richtung Alex ich bin hier mit der laufen hier oben ne wir laufen nicht ne wir laufen nicht das wird der epische jetzt das muss Bist du auf dem Pilz oder was und am Baum hat eine Krone angezeigt da sind zwei wurde die Krone angezeigt ich weiß nicht mehr wo mir eine Krone angezeigt nein die zwei laufen da gerade lang zwei von den zwei siehst du irgendwo eine Krone Steffi siehst du irgendwo eine Krone Steffi Nis hat es mir gerade vorne im unteren Blickwinkel eine angezeigt aber ich weiß nicht wie die von wem die war hier hat schon jemand aufgehoben Pass auf die Snipen ich merk's wenn man nicht anknipen die Penner Einen habe ich den einen habe ich auch und der hatte eine Krone ich sag ja mir hat es eine Krone angezeigt nein ich habe einen gesniped der eine Krone hat bei mir ist einer wer bist du dunkel nila yes yes geil mit Krone mit Krone ja aber alle beide ich habe auch eine noch gesniped ich habe einen gesniped mit der Krone und habe ihn erledigt ha geil das ist meine erste Krone yes ja ach es ist schon halb eins scheiße zeigst du mir jetzt auch eine Krone an? hm? warum zeigst du mir jetzt auch eine Krone an? oder habe ich eine eingesammelt vielleicht auch so sinnvoll nein nein weil wir jetzt einen epischen gekriegt haben hast du eine Krone gekriegt aber unsere Krone wird jetzt wieder auf dieser Ding angezeigt also zurück zur Lobby zurück zur Lobby zurück zur Lobby zurück zur Lobby